habe ich jetzt erst mal wieder ein paar minuten ruhe und kann mich erst mal ein bisschen umsehen wieder und nein kann ich nicht okay du willst also direkt wieder arschloch spielen interpretiere ich das egal richtig ja ja will er waaaaaah so, können wir bitte abhauen hier? bitte bitte bitte, ganz schnell nein zick dich Catherine nein ich wohne jetzt hier ist eigentlich doch ganz chillig hier ich möchte das nicht na gut Maschinenraum hier hinten oder? ja super super echt? echt toll woher weiß ich denn jetzt, wann ich da durch kann? oh Gott der kommt direkt an mir vorbei, oder? ja 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 oh mein Gott oh du Penner das kann doch nicht wahr sein ey Es kann doch nicht warm sein hier. Diese mistigen Mistviecher, ey. Wenn ich jetzt einfach mal hier meinen Finger reinstecke, oder meine Hand. War das gut? Jetzt warte ich erstmal, bis der Kerl wieder etwas weiter weg ist. Oh, ist das unruhigend. Oh Gott, sind diese Kerle unruhigend? Wie habt ihr denn Scheiße ausgedacht? Wenn ich jetzt wenigstens wüsste, oder gucken könnte, in welche Richtung er geht. Ich werde das Gefühl nicht los. Dass das hier eine ganz bescheuerte Idee ist. Ich höre schon wieder einen. Oder höre ich den gleichen? Wo ist denn dieser scheiß Maschinenraum? Ich hab die Tick, kriegste Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Ich werde hier einfach in die Gegend. Und werde vom personifizierten Tod verfolgt. Okay, dann vielleicht einfach irgendwo hier oben. Das hier sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen Maschinenraum aus. Ich mache drei Kreuze, wenn wir in diesem blöden, wenn wir dann vorbei sind. Ist das eigentlich immer der gleiche? Oder sind das mehrere? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich das hier richtig bin. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen noch mal weiter gucken. Ja, okay, wir könnten der Sache näher kommen. Vielleicht. Das sieht aus, als würden wir uns definitiv in Richtung Maschinenraum bewegen. Reaktortemperatur stabil, stabil. Okay, wir müssen vielleicht irgendwas machen. Autsch. Oh fuck. Das fand er jetzt, glaube ich, nicht so toll. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich hier gerade richtig fliehe. Ich bin nicht so toll. Ich bin nicht so hell. Das war definitiv der falsche Weg. Sie sind gestorben. Danke. Versuchen wir es einfach noch mal. Oh Gott. Oh nein. Ich weiß den Weg nicht mehr. Wo kommt der hier hinten eigentlich her? Da ist der Tür? Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns den Weg noch mal an, den wir gehen müssen oder sollten. Also, wir kommen hier raus. Dann laufen wir nach unten. Hinten um die Ecke, weil erstmal wollen wir ja definitiv runter. So, immer weiter runter. So weit waren wir ja schon. Ab hier wird es interessanter. Links rum. Hier hin um die Ecke. Oh Gott, ich war fast da. Ja, okay, aber dann weiß ich den Weg. Dann weiß ich den Weg, dann können wir es jetzt noch mal angehen. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Das kriegen wir hin. Wenn ich mich nicht wieder verlaufe, kriegen wir das hin. So, es scheint aber tatsächlich auch nur dieser eine zu sein, ne? Und jetzt geht die Bilder hat's los. So, hier runter. Hier durch. Weiter runter. Weiter runter. Hier rum. Und hier lang. Und links. Da muss ich rein. Da muss ich rein. Catherine, leg los. Catherine, mach schon. Ja, warte. Ich, äh... Feuer frei. Fahren wir schon? Der weg. Ich habe sie vor ihnen gesehen. Ich habe es vor in Upsilon. Was sind sie? Es ist eine Manifestation von einer Station-Wide-Artifizial-Intelligence der WoW. Station-Wide? Also haben wir einen künstleren Krieg. Nein, nein, das ist nicht so. Die AI ist eine Persona. Es fühlt sich nicht wie wir tun. Es ist eher wie ein Cancer. Was ist das die船? Es sieht aus, dass deine Sabotage funktioniert besser als erwähnt. Bringen wir zurück! Hold on! Die Flasche hat uns auf die Flasche! Was bedeutet das? Wenn ich in unserer Hick-Delta bin, sind wir tot! Läuft ja bei uns. Solange ich mich jetzt erstmal nicht mal mit diesen dämlichen teleportierenden Sackgesichtern da rumschlagen muss. Delta. Delta ist bliderweise aber nicht Täter. Das allererstes. Zack. Da brauche ich Catherine wieder. Und jetzt. Äh. Ich werde das immer öffnen. Na. Uah! Ah! Delta-Rettungsteam kommt! Okay, verstanden! Kleiner Kumpel! So! Grundlegend erstmal, wo sind wir denn hier? Kann das einer lesen da oben? Ich nämlich nicht! Aber wir könnten hier mal reinkriechen. Vielleicht können wir hier die Lage checken. Theta, listen. Akers is headed for Theta. No building more Anik, getting a signal, but no audio. Straski, it's Komo-Regby. Akers has gone mad. He's dangerous. Straski! Sorry Delta, still no audio. Why can't we have another access point? Straski, I can try setting... Okay, jetzt befürchte ich, dass wir diesen Akers noch treffen werden. Ist doch immer so, wenn wir von irgendwelchen bösen Buben hören, dann treffen wir die auch noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit dem Akers im Rahmen der Star Wars überhaupt nichts zu tun haben werden. So, weiter in Richtung der großen Gebäude da hinten. Hier geht's krabben. Ach, krabben. Hallo meine Hübsche, wo willst du denn hin? Tschüss, gute Reise. Ich springe hier einfach mal rüber, oder? Ist das ein Plan, der funktionieren könnte? Auf jeden Fall bin ich irgendwie durchgekommen. So. Ich hoffe hier die ganze Zeit eine Wal zu sehen, oder irgendwas, wenn ich die schon immer höre. Okay, da ist der Control Room. Da ist wieder irgendein Bot, mit dem ich glaube ich überhaupt keine nähere Bekanntschaft machen möchte. Da der jetzt in die Richtung schwimmt, kommen wir mal von der anderen Seite. Also, am besten, nachdem zur Seite. Also, werde ich wieder auf den Weg von vorne schließen. Beide ich nicht. In der Zeitung von, den Weg zu. So. Erstmal zugemacht, damit wir uns nicht gleich bemerken. Oh. Ähm. Hä? Warte mal. Was zur Hölle ist passiert? Was zur Hölle ist passiert?